So Leute, ich bin hier mal im Drogeriemarkt XY und ich bin nach Weihnachtsbesorger und ich brauche noch was für meine kleine Schwester, die Sarah. Ja, ich bin hier gerade so unterwegs in DVD, ja, das ist ein bisschen, ich glaube das passt nicht so richtig. Hier finde ich CDs, werde mal gucken, ob ich hier was finde, für die Schwester, für die Wärtsschwester und dann, ja, los geht's nach dem Intro wie immer. Ich bin er in seinem Handy, ich bin ein Schlimmeser. Ich bin ein Schlimmher. Nein, ich glaube nicht. Ich habe eigentlich mal so die falsche Ecke, obwohl es so ein bisschen älter ist, aber das ist schon doch ... Hm, Clemoria. Hm. Nee, komm. Ja. Kommt damit, ich habe das gefunden, kommt, kommt da, hier, und das, genau das, Peter So, die Weihnachtsgeschenke habe ich, hier, ich bin vorbereitet, der Weihnachtsgeschenke kann kommen, habt ihr schon Weihnachtsgeschenke gekauft, schreibt es mir in die Kommentare, das übliche Döckchen nach oben, soll es euch gefallen haben, Abo dalassen und teilen und so weiter, ja, bis zum nächsten Mal, bis morgen, hau dran, und kerbt euch hier wohl. Bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Mal.